Menschen in München mit Jörg van Hoven Herr Lippert, schön, dass wir heute mal ein bisschen über Ihr Geschäft sprechen können. Vor allem, dass ich das Glück habe, mal von einem der Top-Frisöre in Deutschland zu erfahren, was man eigentlich schon immer von einem Friseur wissen wollte. Absolut. Ich möchte einfach mal mit einem Thema anfangen, was jetzt sehr männerbezogen ist. Viele Männer, denen fallen einfach die Haare aus, ab einem gewissen Alter. Und Nick Nolte, der amerikanische Schauspieler, der hat zum Beispiel gesagt, dass er sich jeden Morgen hier so ein bisschen an den Haaren zieht, um sie besser zu trainieren, damit da weniger passiert. Was ist denn in Ihrer Erfahrung so machbar gegen Glatze? Also Glatze ist erstmal ein hartes Wort, das gibt es gar nicht. Es gibt nur das Wort schüttere Haarwuchs, allenfalls. Aber wenn ich jetzt für die Industrie sprechen würde, würde ich mit allen Haarwässerchen anfangen. Ich muss ja sagen, schauen Sie mich an, dann sieht man, wie gut einen das kleiden kann, wenn man keine Haare hat. Aber letztendlich ist es wirklich für manche Herren ein Trauma, die einfach ein echtes Problem damit haben und viel, viel Geld dafür ausgeben. Ich bin fachlich davon überzeugt, wenn man jeden Tag seine Kopfhaut bewegt, bewegt heißt, richtig reinfassen und mit den Fingerkuppen drei Minuten, drei Minuten die Kopfhaut bewegt und man schaut auf die Uhr, wie lange drei Minuten sind. Letztendlich ist es nicht so erheblich, was ich dann auf die Kopfhaut tue. Natürlich nicht so starken Alkohol, dass es nicht austrocknet. Vielleicht was mit ätherischen Ölen. Aber die Bewegung macht es und mein Vater, mein Großvater, das ist repräsentativ für die Friseurbranche, hatten beide keine Haare, aber schon seit dem 24. und 25. Lebensjahr. Dafür habe ich ziemlich überzogen. Ich bin jetzt 49, ein paar habe ich immer noch. Aber das mache ich wirklich seit Jahren jeden Tag, weil man einfach die Durchblutung fördert und das Follikel. Sie scheren sich wirklich morgens vor den Spiegel und massieren ihre Kopfhaut. Jeden Tag, jeden Tag. Das mache ich automatisch, oder? Unter der Dusche oder so. Aber ich sage mal, wenn man heute so schaut, manchmal Gott sei Dank, vor Jahren gab es ja noch ganz viel, auch bei Politikern und überhaupt, diese ganz tiefen Scheitel, die dann hier angefangen haben und bis darüber. Und man hat dann mit ganz viel... Dann kommt der Windstoß von hier und dann hin, ja, oder da. Dann geht die Scheibe da auf die andere Seite, genau. Und das waren auch ganz ernstzunehmende Herren, die das gemacht haben. Da hat sich die Zeit ja Gott sei Dank geändert. Also wenn, bekennt man sich meistens und dann schneidet man. Oder auch wir raten unseren Kunden dann lieber, die Haare relativ ganz kurz zu schneiden. Wie ist denn das mit Perücken? Gibt es Menschen, die zu Ihnen kommen und sich da beraten lassen und sagen, also ich hätte gerne eine Perücke als Mann? Ja, das gibt... Ne, gibt es da, muss ich sagen, sind wir der Falsche dafür. Da gibt es Haarinstitute, die so etwas machen. Da gibt es Techniken, das nennt sich Hairweaving. Wenn man einen kranzert, wird es fest verknüpft sozusagen. Und dann kann man damit auch tauchen und ich weiß nicht was. Und das muss man alle vier Wochen nachziehen lassen, weil die Haare ja herauswachsen. Nach vier Wochen sind die Zentimeter rausgewachsen. Ich halte von dem Ganzen nichts. Ich finde es besser, man bietet dem Leben die Stirn. Allerdings gibt es natürlich, wie auch in Ihrer Branche, das haben wir natürlich schon, für die Kamera oder für den Dreh zwei, drei Tage. Da macht man das hochprofessionell mit dünnen Folien und so weiter. Dann sieht man wirklich nichts und kann wirklich Haare erzeugen. Und auch in der Frisur einen tollen Scheitel. Es geht ja herzlich um diese Ansätze hier, damit man es nicht sieht. Nur ist es nicht praktikabel, weil das muss immer gemacht werden. Es ist super empfindlich und löst sich sehr leicht. Sie sollten die Situation nutzen, dass wir hier bei diesem schönen Sonnentag noch draußen stehen bei Ihnen. Sie haben... Der Leberplatz ist schön. Ja, Sie haben Ihre Location hier am Lehmbachplatz. Da ist Ihr Friseursalon. Wie wichtig ist eigentlich für einen Friseur die Location, wo er seinen Salon hat? Es ist witzig, dass Sie mich das jetzt fragen, weil ich bin am Lehmbachplatz nächstes Jahr zehn Jahre. Und wir sind ein Traditionsbetrieb, wir machen das schon in dritter Generation. Und waren vorher in einem Luxushotel, in einem Luxushotel nur 200 Meter weiter um die Ecke. Und unsere Klientel damals war das Pontel Continental, setzte sich zusammen, sollte ganz anders, aber setzte sich zusammen aus Hochadel und Industrie. War in der oberen Etage mit, wie bei Marlies Möller in Hamburg, so ähnlich. Wir können doch mal ein bisschen hier draußen bleiben und vielleicht erklären Sie mal, was eigentlich die Idee hinter Ihrer Fassade ist. Die Idee hinter meiner Fassade, meinen Sie meine Figuren? Ihre Figuren, ja. Meine Figuren, das sind von einem tollen Künstler, das sind letztendlich lodenfreie Schaufensterpuppen, die umgemodelt wurden. Ja, was demonstriert, das demonstriert im Grunde genommen den Macho zwischen zwei Bildschönen, die eine mit lockigen Haaren und die andere mit, wo der Wind durch die Haare geht, wenn man viel Fantasie hat. Und eben diese schönen, glänzenden, langen Haare. Aber nochmal, aber Schönheit, wie wichtig ist das? So eine Macke von mir, ich frage, wenn man vom Hundertsten ins Tausendste. Aber es waren sich so, wir hatten da drüben diesen Laden 45 Jahre und wie gesagt, echte Teppiche, Barockspiegel, ein grüner Salon, ein blauer Salon, ein roter Salon, Wandbespannung, eine Seite. Heute wäre das vielleicht schon zum Teil wieder modern, aber damals, ich hatte auch damals schon viele Kunden, die eine kam aus Frankfurt oder Großindustrielle, die ist jede Woche immer im eigenen Flugzeug hergeflogen. Und die hat mal in München gewohnt und dann sagte sie zu mir, du, ich würde dir viel lieber noch ein paar von meinen Freundinnen aus Sollen schicken, wie ich hier in Sollen gewohnt habe. Ich kann aber nicht, weil ihr seid einfach überholt. Ich dachte, mich trifft der Herzschlag, weil sie wollte nur von mir geschnitten, nur von mir gestrehen, hatte einen ultramodernen, tollen Kopf. Sag ich, spinnst du, sag ich, du möchtest doch nur von mir angefasst werden. Und ich mache dir die modernste Sache, die es gibt, sag ich, ja, darum geht es nicht, aber euer Ambiente, ja. Sag ich, wieso Ambiente? Ich war dann im Moment, man ist ja dann natürlich auch fast beleidigt, ja. Sag ich, wieso, bei mir ist doch nichts vergammelt. Da sag ich, nee, vergammelt nicht, aber nicht mehr zeitgemäß. Und ich bin Stier, bin also nicht so leicht zu treffen, aber es war an einem Freitag, ich weiß es ganz genau. Und dann habe ich mir die ganze Nacht überlegt, Mensch, die hat recht, ja. Und dann habe ich angefangen zu suchen, ein Jahr lang, dann kam der Lehmachplatz, das kann man später nochmal zurückkommen. Aber es ist eklatant wichtig. Inwiefern hat denn dann wirklich also die Location, das Äußere, mit der Qualität von dem, was man dann drinnen erfährt, zu tun? Ich würde sagen, es ist schon der Spiegel. So wie ich meine eigenen Kunden anziehe oder auch jeder meiner 24 Mitarbeiter vom Typ her seinen eigenen Kundenstamm anzieht, so ist sicher auch der Laden eine Visitenkarte. Ich habe mich viel mit meinem Innenarchitekten gestritten am Anfang, weil der wollte ein kaltes Labor draus machen. Nur Spiegel, nur Glas, nur Stahl. Dann kommt sich der Kunde vor, wie in vielen dieser Schönheitstempel international, und sitzt da drin und es fröstelt einen fast. Es soll natürlich auch nicht zu schwülzig sein, es soll auch kein Wohnzimmer sein. Und wir haben eben versucht, mit schönen Hölzern und mit Stahl und so weiter eine Mitte zu schaffen, wo sich A, der Kunde wohlfühlt, aber auch eine Ästhetik da ist. Und letztendlich sind wir ja auch ein kosmetischer Beruf. Also ganz wichtig ist auch, dass man sieht, ganz einfach, es ist blütensauber. Das ist zwar ganz altmodisch, was ich da sage, aber das finde ich einfach wichtig, wenn ich da sitze. Sauberkeit ist ungeheuer wichtig. Aber wenn Sie jetzt nochmal beschreiben sollen, was sind das für Menschen, die speziell zu Ihnen kommen? Können Sie da einen gewissen Typ ausmachen? Ja. Warum sind Sie so erfolgreich? Ich habe also einfach nur von meinen Großeltern, von meinen Eltern, aber es kommt vielleicht noch, das Service, die Dienstleistung in die Moderne gehoben. Und da gehört natürlich die Location dazu. Und das Publikum habe ich mir damals gewünscht. Ich möchte vom siebenjährigen Kind bis zur 87-jährigen Gräfin über die Chefsekretärin, das ist sehr, sehr wichtig, Galeristin oder, 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 einfach den Unternehmensberater, der keine Zeit hat, möchte ich gerne haben. Eigentlich möchte ich, und es hat sich so herauskristalliert, dass wir auf einem relativ hohen Niveau, ohne Angabe, ohne Schickimicki, natürlich versehen mit ein paar öffentlichen Personen, die gerne zu uns kommen, aber davon leben wir nicht, eine tolle Zielgruppe haben. Aber ist das nicht auch eine Frage des Preises? Also es gibt ja die verschiedensten Friseursalons. Ich sage mal, das fängt ja bei 5 Euro in München an, da können Sie einen Haarschnitt bekommen. Und ich sage mal, also in New York ist es jetzt anscheinend, ja, bei 500 bis zu 1000 Dollar pro Haarschnitt. Da muss man sich ja irgendwo positionieren. Wie haben Sie das, wie haben Sie das für sich entwickelt und wo haben Sie sich dann zum Schluss positioniert? Weil der normale Mensch fragt sich natürlich, kann man sich wirklich für 1000 Dollar die Haare schneiden lassen? Das ist ja... Kann man natürlich nicht. Aber was passiert da? Was passiert da? Da kauft man ein Stück besonderer Exklusivität und hofft, dass jemand mit der Kamera vor der Tür steht, der einen für die 1000 Dollar auch dann wirklich filmt. Sonst hat es ja keinen Sinn, der ganze Aufwand. Ich sage jetzt mal, bleiben wir beim 5 Euro Friseur. Das kommt ein bisschen auf meine Einstellung an. Ich möchte vielleicht nur zum Friseur gehen und möchte in 10 Minuten die Haare kurz geschnitten haben, ja. Ich schaue nicht, ob das Cordett links oder rechts genau. Ich schaue nicht, ob ich mich in die Haare von dem anderen hineinsetze. Ich will auch kein angenehmes Gefühl. Ich will einfach nur die Haare kurz, ja. Und da möchte ich ganz heute auch als Fachmann sagen, da kann es eben sehr gut sein, dass die mir aus Versehen für 10 Euro die Haare auch gut kurz schneiden, ja. Mit dem kann ich mich nicht unterhalten. Der ist nach der Auslehre. Der spricht vielleicht kein Wort Deutsch, aber ich kriege die Haare kurz. Das ist der eine Anspruch. Dann gibt es den anderen Anspruch. Das ist das mittlere Segment unseres Berufes, die große Schwierigkeiten haben. Das ist eine rückläufige Branche seit 10 Jahren. Das ist, wie in anderen Branchen, mittleres Segment, dafür zu hoher Preis. Der Kunde erwartet was, sind nicht weiterentwickelt, haben sich nicht fortgebildet und so weiter. Das ist schwierig. Dann gibt es das hohe Segment, sage ich jetzt mal, oder unser Segment. Ich kenne mich auch in dem nur sehr gut aus, sonst kann ich da wenig selten. Und da kommt ja vieles dazu. Das ist nicht nur die Miete, das ist das Unwichtigste, sondern es sind super ausgebildete internationale Fachleute. Ich habe meine Leute national und international, dauernd am Puls der Zeit, an den internationalen Catwalks und so weiter, wo sie sich die Mode reinholen. Dann machen wir natürlich auch Psychologie. Wir haben tolle externe Trainer. Das der Kunde, der kommt, unser Gast. Unser Gast kommt ja nicht von irgendwo um die Ecke, wie in Neuperlach, weil der wohnt da gerade um die Ecke und geht, weil es praktisch ist zum Friseur. Jeder nimmt einen weiten Anfahrtsweg in Kauf und hat Vertrauen und kommt zu uns. Und da soll der, wenn der die Türen in die Hand nimmt, bis er wieder geht, soll das sein eigener Event sein. Das ist so ein Event. Was allerdings trotzdem für Männlein und Weiblein ein Rätsel bleibt für viele, ist die Tatsache, dass Männer einen deutlich besseren Preis zahlen als Frauen für, und da meint man, die gleiche Leistung. Wie erklären Sie das, dass Männer weniger Geld bezahlen beim Friseur als Frauen? Das ist bei uns 10 Euro Unterschied vielleicht, weil das ist eine ganz einfache, bei mir ist es eine ganz einfache Rechnung, kann man von mir sprechen, das sind nur 10 Euro Unterschied und diese 10 Euro sind ungefähr 10 Minuten oder 15 Minuten, die man bei einem Herrn weniger braucht, weil ein Herr ist schneller, klarer, jetzt ist es natürlich ganz gefährlich, was ich da sage, schneller, klarer, zufrieden mit der Beratung. Der möchte auch nicht eine Viertelstunde beraten werden, der möchte auch nicht hinterfragt werden, der möchte toll geschnitten werden. Der Friseur geht auf ihn ein, ganz klar. Was machen Sie beruflich? Wie viel Zeit möchten Sie in Ihre Haare jeden Tag investieren? Wie ist die Qualität? Und Sport und, und, und. Das klärt man natürlich ab, aber das geht bei einem Herrn in 5 Minuten und bei einer Dame in 15 Minuten. Und das ist bei uns der Unterschied des Preises. Die Technik und die Qualität ist die gleiche. Denn die Anzahl der Haare sind, glaube ich, bei Männlein und Weißlein gleich. Und auch unerhinkt. Ich sage mal, manchmal rufen mich dann Kunde an, wenn ich mal selber an der Rezeption bin und wir haben jeden Tag zwischen 8 und 12 Neukunden, jeden Tag. Dann sagen die, was kostet bei Ihnen Spitzenschneiden? Dann sage ich, Spitzenschneiden gibt es bei uns nicht. Und ich bin auch nie arrogant, aber, ja, aber ich möchte nur die Spitzen. Dann sage ich, dann sind Sie mir nicht böse. Dann nehmen Sie Ihre Freundin, setzen sich auf den Badewannenrand. Sie haben sicher eine Haushaltsschere zu Hause und lassen sich einfach die Haare unten, zack, unten rumschneiden. Das ist doch das, was Sie meinen. Wenn Sie einen fachlich hochwertigen Haarschnitt möchten, dann dauert es eine Stunde, bis der durchgearbeitet ist. Und es ist ganz egal, ob wir Ihnen 10 Zentimeter oder 30 oder einen Zentimeter abschneiden. Deswegen gibt es bei mir auch keinen Neuschnitt als Preis. Bei sehr vielen Kollegen gibt es Neuschnitt. Für mich ist jedes ein Neuschnitt. Ich glaube, wir haben unsere Zuschauer jetzt, auf jeden Fall die, die Ihren Laden noch nicht von innen kennen, neugierig gemacht. Und deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, gehen wir an. Vor allem, sehr gerne. Und herzlich eingeladen. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Herr Lippert, jetzt sind wir in Ihrem Friseursalon. Und was ist denn jetzt gerade mal so der Innenhaarschnitt? Fangen wir mit den Männern an. Was wollen die Männer heute haben? Die Männer wollen heute haben auf alle Fälle keine kurz rasierten Köpfe mehr. Man trägt wieder Haar. Das ist eigentlich männlich und weiblich identisch für diesen kommenden Herbst, Winter und Frühjahr. Dass man auch die geometrischen Formen, auch bei den Damen sind out komplett. Man zeigt wieder Haarwellen, Locken, die ganzen Promis. Man sieht das Langhaar bei den Männern genauso. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also gut für die Friseure letztendlich. Können sich wieder ein bisschen austoben. Der Farbtrend ist allerdings vollkommen andersrum. Viele, viele Blondgestrehnte wollen plötzlich dunkel werden. Das Ganze ist ein ganzes Herbst. Das ist interessant, denn man spricht ja auch außerhalb Münchens von diesem Münchner Blond. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Aber das scheint doch in München was allgemein gültiges zu sein, dieses sich Blond zu färben. Früher hat man gesagt, für München, das sage ich sehr gerne, neidlos, hat er toll gemacht, das Meierblond, hat man gesagt. Gerhard Meierblond, sehr geschätzter Kollege, wunderbar. Heute ist man natürlich so, man geht eher auf die Natürlichkeit, man schaut sich die Haut an, die Haare an. Und außerdem auf die Dauer immer superblond, ist ja auch nicht unbedingt sehr zuträglich fürs Haar, außer man pflegt sehr intensiv. Da sind wir wieder zu fachlich. Aber ich kann nicht anders. Und man sieht wieder gerne Reflexe. Das heißt, man macht dunkelhell zum Beispiel, das ja. Aber diese superblonden Einheitsköpfe, die sind absolut out. Was mir auch aufgefallen ist, wenn sich die Frauen blond färben, dann geht es gar nicht mehr darum, dass man nicht den Wurzelansatz sieht. Also es ist völlig offen, ich bin braun, aber habe mich blond gefärbt. Ja, man steht dazu. Ganz im Gegenteil, man findet es sogar lustig. Vor 15 Jahren hat man ja eigentlich die Kabinen noch zugemacht, so ungefähr. Oder ein Herr mit Ton am Kopf, das war alles ein absolutes No. Das ist heute Gott sei Dank offen. Oder dass man auch gemischt hinsetzt. Also wie gesagt, nicht unbedingt nur blond. Beispiel Miss Cutterfield, zum Beispiel Cutterfield haben wir vor zwei Wochen dunkler gemacht. Oder im Moment, Sachen darf ich vielleicht nicht verraten, muss ich mir gerade überlegen. Oder zum Beispiel andersrum, Sarah Connor zu ihrem Kind ging von ganz blond auf ganz dunkel und kommt jetzt wieder in vier Wochen mit einem ganz neuen Outfit, ganz neuen Haare. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt ein Kunde zu Ihnen ins Geschäft kommt, ein Neukunde? Ja. Den sehen Sie zum ersten Mal. Haben Sie da sofort ein Bild, was für ein Typ diese Person ist und was man da besser machen kann? Oder arbeiten Sie sich da langsam ran? Ja. Dazu möchte ich vielleicht sagen, das fängt bei uns schon beim Einstellungsgespräch bei Friseuren an, wenn die zu mir sagen, wie lange darf ich für einen Haarschnitt brauchen. Ja, wir sind nicht bei der Tankstelle. Das ist vielleicht der Unterschied zu vielen Kollegen in Deutschland, dass wir ausgesprochen darauf achten, dass gerade bei dem Neukunden, des Einstellungsgesprächs, Quatsch, eins, zwei, drei verkehrt, das Beratungsgespräch, da kann sich der Stylist in Ruhe Zeit lassen. Unsere Stylisten sind wirklich trainiert auf, es sind alles Meister, sind fast alles nochmal Make-Up-Artisten, das spricht ausgebildete Kosmetiker dazu. Man hat natürlich ein Bild, wenn ein wahnsinnig rundes Gesicht hat, dann ziehe ich hier die Haare nicht noch vollkommen auseinander, mache es oben Platz zum Beispiel. Aber das erwarte ich einfach von jedem meiner Friseure, dass der das natürlich sieht, gut einschätzen kann. Und dann macht man eine Viertelstunde Beratung und hört wirklich auch heraus, was ist die Dame für ein Typ an sich, ist sie der sportliche Typ und so weiter. Dann kommt es natürlich, was hat sie für eine Haut, wie präsentiert sie sich und dann... Aber ich stelle mir jetzt vor, dass der Herr Lippert durch München geht und jetzt lauter Haarschnitte sieht. Nein. Können Sie sich davon lösen oder haben Sie bei jedem das Gefühl, oje, was macht der für eine Katastrophe, der müsste zu mir kommen, dann könnte ich da was tun. Ich habe ja leider sehr wenig Zeit, irgendwo zu gehen, aber wenn ich da gehe, haben Sie recht, dann schaue ich schon. Und deswegen gehe ich gerne durch die Maximilianstraße oder Theatinerstraße, weil da die Chance, dass ich ein paar schöne, wirklich schöne Köpfe, wo auch ich mich umdrehen würde, sehe, am größten ist. Das schwindet dann, das geht gleich wieder sehr rückläufig in der Fußgängerzone zum Beispiel, da gibt es natürlich Zonen, oder in der U-Bahn, da sieht man leider oft in ganzen Waggons keinen einzigen für mich wirklich schönen Kopf. Da denke ich mir, was können Friseure für Verbrecher sein. Passiert es Ihnen denn auch nicht oft, dass die Menschen mit Modemagazin zu ihr kommen, Ihnen ein Foto zeigen und sagen, Herr Lippert, das machen Sie das aus mir? Das sind drei Fragen. Kunden kommen auch von weit und sagen, haben Sie den Friseurcomputer, den gibt es ja, wo man dann schablonenmäßig, also man wird gescannt, wie heute schon in meinen Supermärkten, und dann wird das Foto drehen und dann macht man da schablonenmäßig drüber. Das ist noch die schlimmste Variante. Oder eben wie ein Haus bauen, dann kann man sehen, wie das Haus nachher aussieht, wenn ich mich in der Schablone sehe, das wäre doch interessant. Könnte ich mich mal mit Glatze sehen, mit Kurzhaarschnitt und muss das in der Realität nicht ausprobieren. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür sind wir leicht, das ist zwar ein heerer Anspruch, aber es heißt ja künstlerisches Grenzhandwerk. Und dazu sind wir zu sehr Künstler, als dass wir eigentlich so vorgefertigte Sachen haben möchten. Sieht man, wenn die Dame wie gekommen mit einem großen, tollen Modemagazin, ist vielleicht ein bisschen schwergewichtig, darf ich ruhig sagen, ist jenseits der 60, hat sehr feine Haare und hat vor sich ein Model mit 22 Jahren mit wunderschönen, runden, dunklen Locken und so möchte ich aussehen. Das sind natürlich die Ansprüche an uns und man versucht dann natürlich das Bestmöglichste dem Kunden oder dem Gast zu empfehlen. Aber sind Sie da auch schon manchmal ein bisschen hart und sagen, passen Sie mal auf, was Sie da sich wünschen, das geht einfach nicht. Sehr authentisch, wir sind sehr authentisch. Ich sage dann, es gibt eine gewisse Grundqualität und so weiter. Wir sind, wir sind nicht unhöflich, aber sehr authentisch und das muss ich sagen, schätzt die Kundin bei uns auch sehr und erwartet sie auch von uns. Jetzt sind Sie schon so lange im Geschäft, dann wird es Ihnen ja wie uns allen, die wir lange in unseren Geschäften sind, auch mal Fehler passiert sein. Erzählen Sie doch mal von einem Fall, wo so richtig alles missglückt ist, Herr Lippe. Natürlich, das muss ich gerade mal überlegen. Natürlich ist schon ein Fehler passiert. Wir sollten einen hellen Blondton machen und wir wollten einen hellen Blondton machen. Ich war das sogar persönlich. Ich nehme die Tube-Drücke drauf und ich kontrolliere jede Farbe zwischendurch nochmal nach und sehe und schiebe über dem Becken die Farbe weg mit dem Kamm. Mir wird ganz heiß. Es war violett. Jetzt muss ich mal gleich einen Schluck trinken. Darf ich mal ganz kurz? Ja, aber bitte, klar. Da wird mir heute noch ganz anders. Bei einer violetten Frisur. Was für eine Farbe sollte es werden? Ein pastelliges, ganz helles Blond. Ja. Und diese Violette war schon drin. Das war einfach eine falsche Abfüllung der Tube. So etwas gibt es, ist auch schon Jahre her. Wir haben eine Nacht gebraucht, um der Dame die Haare einigermaßen wieder in Ordnung zu bringen, auf Kosten der Kopfhaut, muss ich sagen. Kopfhaut war knallend. Das war eigentlich ein Fall für die Hautklinik dann und so weiter. Also das sind Sachen, die denkt man nicht gerne zurück. Aber so entstehen auch neue Trends. Ja, vielleicht. Mir ist auch mal eine Sache passiert. Da war die Strähnereien auch mit so einer Häkelnadel. Zack, zack, zack. Wir waren damals schon ganz modern. Früher hatte man in Deutschland so Badehauben aufgesetzt und hat aus den Löchern die Strähnen rausgezogen. Die Damen wissen das. Und wir hatten dann schon aus Amerika so ganz durchsichtige, feine Plastik-Kunststoffhauben. Und man zog also die Strähnen nur da rum mit einer Häkelnadel. Zack, zack, zack. Ich unterhalte mich mit der Dame. Die hat so ein bisschen ganz gleich schwammige Kopfhaut gehabt. Ich rutsche aus und rutsche mit der Häkelnadel zwei Zentimeter entlang der Kopfhaut, unter die Kopfhaut. Und Häkelnadel heißt Widerhaken. Dann steckte diese Nadel da und genau, rot, der Laden war voll, saß an einem meiner ersten Plätze und samstags, samstags, wippte da. Und ich wollte nur so ganz vorsichtig und hatte Gott sei Dank zwei Plätze weiter eine Kieferchirurgin, die ist aufgehört und hat zack. Sonst hätte ich mit dieser Dame, mit dieser wippenden Nadel in die Hautklinik fahren müssen, muss man sich vorstellen. Also es passieren Sachen, Gott sei Dank, war das vielleicht, also meine Karriere, das ist 35 Jahre oder so ungefähr, war das vielleicht zwei, drei Mal. Sie werden ja sicherlich auch, wir können ja noch ein bisschen weitergehen, feststellen, dass heute eine 40-Jährige eigentlich gar nicht mehr so ist, also sehr viel jünger wirkt als eine 40-Jährige noch vor 20 Jahren. Absolut. Jetzt gibt es ja bei den Damen immer wieder die Diskussion, ab wann muss ich denn meine Haare kurz schneiden? Wie erleben Sie das? Sagen Sie heute einer 40-Jährigen, sie muss sich grundsätzlich, kann grundsätzlich keine Haare mehr in, weiß ich nicht, in Hüftlänge tragen? Ich weiß, was Sie meinen, es ist einfach, es sind die typischen, ich war früher ganz dunkel und möchte auch so dunkel bleiben. Also ich sage jetzt mal einfach klare Antwort, ab 40, ab 40, 45 sollte man schauen, dass die Haare eben nicht so lang sind, oder man hat sie permanent zu einem spanischen Knoten gesteckt, oder immer zu, das sind Ausnahmen, aber normalerweise eher kürzer. Zeigen Sie mal, was heißt denn kürzer, bis wohin? Also hier ein längerer Bob, ein längerer Bob, ein längerer Bob. Und dann, auch ganz wichtig, ja nicht zu dunkel, alles was so dunkel ist, macht viel zu hart, also eher sanfter, wenn man früher sehr, sehr dunkel war, dann sollte man heller werden, nicht blond, schon ganz natürlich, aber nicht so dunkel und nicht so wie früher. So wie früher ist immer schlecht, sondern man sollte das Ergebnis anpassen. Und wie Sie schon sagen, es gibt so schicke 40, 50, 60-Jährige, das ist so ein großer Unterschied zu früher. Manchmal denke ich mir, da ist ein 28-Jähriges Mädchen, die sitzt da mit so eingezogenen Schultern und da kommt gar nichts raus, keine Sprache, und daneben an sitzt eine 55-Jährige, tolle Golferin oder so, die hat wesentlich mehr Aura manchmal. Erleben Sie das auch, dass VIP, also Very Important People, diese Trendsetter sind? Also man hat jetzt das Gefühl, wenn man durch InStyle und Bunte und durch solche Blätter durchblättert, dass da also dieser Bob wieder sehr modern ist. Ist das richtig? Der Bob, sag ich mal, in dieser Länge bis hier, in allen Varianten, ja. Früher hat man den Bob ganz klassisch immer nur als, sag ich mal, für den Laien, als abgeschnittene Geschichte gesehen. Heute variiert man den, heute slice man den, heute macht man den länger und kürzer. Der hat eine absolute Survival, also absolut neue, das Ganze, wird auch sehr viel eingesetzt. Aber mit den, ich habe kein Gefühl bei den Prominenten, sondern ich weiß es ganz einfach, weil wir auch sehr viel Starbetreuung machen, am roten Teppich arbeiten, letztendlich, oder vor dem roten Teppich arbeiten. Und egal, ob wir jetzt die Verona komplett verändert haben, oder eben die Serra Conner, zum Beispiel mit dem Irokesen, dann zu ihrer Hochzeit in Spanien, oder wenn Carpendel jetzt und seine Freundin oder Tommy Haas den Pferdeschwanz abgeschnitten, zum Beispiel. Nach zehn Jahren Pferdeschwanz oder acht Jahren Pferdeschwanz, vollkommen anderes Outfit. Dann klingeln die Telefone heiß und sind Sie der Friseur, der, sind Sie der Verona-Friseur oder der, oder Sarah Kern oder was, wer auch immer, Julia Siegel. Und wenn wir eklatant verändern, dann setzt man einfach, setzt man Trends und die werden dann auch umgesetzt, wenn Sie dann begeistern natürlich. Begeistern muss es, das ist klar. Wir haben jetzt einen schönen Einblick von Ihrem Geschäft hier unten bekommen. Oben haben Sie nochmal eine sehr interessante Räumlichkeit. Dort oben würde ich mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten, wie sehr ein Friseur auch Psychologe sein muss. Ja, sehr gerne. Also Herr Lippert, wir müssen jetzt mal dem Beruf des Friseuren auf den Grund gehen. Und zwar gehen Sie ja sehr nah an den Menschen ran. Sie fassen die Menschen ja an, sind mit den Menschen eine Stunde zusammen und haben Körperkontakt. Man hört, dass Frauen gerne zum Friseur gehen, auch weil sie sich von ihm psychologisch auch ein bisschen beraten lassen. Wie weit geht das bei Ihnen? Es ist an sich so, ich wurde vor kurzem mal gefragt, ich soll Stellung nehmen zu einem Kollegen, den Namen möchte ich einfach hier nicht nennen, der schneidet Haare und strehnt und hat sich auf die Fahne geschrieben, wenn man bei ihm reinkommt, kann man an den Haaren erkennen, ob der Kunde krank ist, ob er Leberschaden hat, einen psychischen Schaden hat oder sonst, was er überhaupt für Probleme hat. Also ich habe mir dann gedacht, ich habe in meinem Kommentar gesagt, Schuster bleib bei deinen Leisten und vielleicht hat der geschätzte Kollege das mal verwechselt, weil wir aus der Zunft der Bader kommen. Früher, die Friseure, der Bader hat ja die Blutegel angesetzt und sonst die Zähne gezogen und daraus hat sich ja dann letztendlich der Friseur entwickelt, aber auch der Zahnarzt oder der Chirurg. Das war die Urgeschichte. Und ich sage jetzt mal so, man soll dem Zahnarzt die Zähne lassen und dem Chirurgen die Schneiderei, wobei natürlich, man soll sich da nicht versteigen und auch nicht als Psychologe ausspielen, aber man wundert sich natürlich, was einem alles erzählt wird bis ins Detail. Und dadurch, dass wir natürlich auch sehr viel Stammkunden haben, erlebt man Scheidungen mit, Trennungen mit, Geburten mit oder gerade zum Beispiel bei dem neuen Freund, den man hat, manchmal weiß ich vorher schon, wenn die Kundin sagt, ich will mich ganz verändern, Herr Lippert, alles anders, Farbe, anders, Schnitt, also das heißt, der Cut im Leben, es ist letztendlich so. Erlebt Sie das so, dass wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte eine Typveränderung machen, dass das dann auch mit Beziehungsveränderungen zusammenhängt? Und dann kommt das alles nach und man erzählt. Und ich habe das gelernt, ich mache das ja in dritter Generation, ich habe es von meinen Großeltern und Eltern gelernt. Ich habe auch die Soraya bedient, zum Beispiel die Ex-Kaiserin aus Bersi und so weiter. Und da wurden wir oft angerufen, was lässt sich die Soraya für Gurkenscheiben aufs Gesicht legen. Ich hätte nie irgendwas erzählt. Es war immer hinter verschlossenen Türen. Das heißt, wie bei den drei Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen, außer der Prominente oder der Kunde sagt, ich möchte das gerne oder es macht mir nichts aus, erzählen Sie es ruhig, dann ist es in Ordnung. Ansonsten ist es hier top sequels. Aber kommen Sie auch an den Punkt mit Ihren Kunden, dass Sie sagen, also pass mal auf, diese Geschichte will ich gar nicht mehr hören. Jetzt hör auf, mir die zu erzählen. Lass uns über das Wetter oder über die Blumen sprechen. Ja, man wechselt dann, wie Sie eben sagen, man wechselt dann automatisch das Thema. Aber wenn, Frauen sind dann manchmal gnadenlos, weil wir sind nun mal, wir sind ja kein Kellner, der nur den Teller hinstellt. Wir stehen an der Dame dran, hautnah, an dem Herren auch natürlich, aber kürzer, oft ja drei Stunden und kommen dann doch meistens auf das Thema, was Sie sehr beschäftigt, wieder zurück. Sind es dann meistens die gleichen Themen, mit denen die Damen kommen oder wechseln Sie dann doch inhaltlich mal das Thema? In erster Linie natürlich, man will es nicht hören, das andere Geschlecht, ganz klar. Oder aber natürlich Mode, Allgemeinheit, Neugier bei Stars, wie zickig ist Paris Hilton oder wie ist Verona oder wie ist Verona Poth oder, oder, oder. Also da gibt es, ist vielschichtig. Oder zum Beispiel auch, wenn wir gerade ein, der Laden ist voll, ist mir auch mal passiert und die Dame sitzt unter der Haube, was sehr selten vorkommt und sieht plötzlich ihre Freundin kommen, die ist frisch vom Schönheitschirurgen. Und dann sagt sie, weil sie selber sich anhört, die sieht ja scheußlich aus. Der hat, der haben sie ja, was weiß ich, das Iletsche irgendwo hingezogen und merkt aber nicht, dass sie selber laut spricht, sehr peinlich. Und die Freundin geht dann an ihr vorbei und sie sagt dann auch, Schatzi, du siehst der Bild schön aus, kommst du aus dem Urlaub. So was passiert natürlich auch. Woran liegt es eigentlich, dass Ihre Zunft meist aus Männern besteht? Also wenn man so diese ganz bekannten Namen mal an sich vorbeiziehen lässt, dann kommt ja nur in Hamburg eine Marlies Möller noch mit. Aber sonst sind es doch eigentlich alles Männer. Warum ist das so? Das ist wie bei Köchen. Bei Köchen stellt man auch fest, dass die meisten Männer sind. Also die Antwort ist jetzt nicht unbedingt von mir erfunden, sondern, es hat mir ein ganz bekannter englischer Psychologe gesagt, eine Frau macht vom Urinstinkt eine andere Frau nicht gerne schöner, als sie selber ist. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist einfach ein Mann. Meistens sind es ja auch, ist es ja eine gewisse Kategorie Männer, sage ich jetzt mal, mit einem besonderen Feingefühl, die selber ihre Freunde haben. Das heißt, es sind natürlich Männer, die sehen eine Frau als Mann, sind trotzdem sehr sensitiv und sind nicht eifersüchtig und nicht stutenbissig. Oder wie man sonst dazu sagen will, sie beraten eine Frau hemmungslos und mit ganz freiem Gefühl, um einfach schöner zu werden. Das wäre mal die nächste Frage. Was für Voraussetzungen muss denn einer mitbringen, um bei Lipperts arbeiten zu dürfen? Ich werde oft gefragt, ob ich irgendwie nach Schönheit meine Friseure aussuche. So ist es nicht. Das ist reiner Zufall. Wir kriegen wirklich jede Woche ganze Packen, Bewerbungen, national und international. Ich sage vielleicht, es sind 24 Mitarbeiter, davon 21 Männer, sind alle schlanker und schöner als ich. Also das Pendant sollte auf alle Fälle sein. Aber egal, ob welche sexuelle Ausrichtung oder so, das interessiert mich überhaupt nicht. Das wird privat gelebt und in unserem Hause nicht. Wir haben ein sehr, sehr nettes Miteinander. Wir haben eine tolle Atmosphäre. Wir haben keine Zickigkeiten oder keine Intrigen oder kein Hintenrum. Und es ist einfach, oft kommen Kunden zu mir rein und sagen, hey, wenn man zu euch reinkommt, das ist wie zwei, drei Stunden Urlaub. Weil ihr habt einfach eine irre Atmosphäre. Und die wird gelebt und die spürt man. Und das ist auch ganz schön so. Wir haben schon angesprochen, dass Ihre Friseure hier eine gewisse Sensitivität mitbringen. Wie würden Sie sie noch weiter beschreiben? Ich achte natürlich darauf, also die meisten sind homosexuell, das ist so. Und ich achte natürlich sehr darauf, dass sie eine... Warum glauben Sie, dass das so ist, dass die meisten homosexuell sind? Ja, weil es einfach ein super künstlerischer Beruf ist. Weil man sehr schon sehr sensibel sein muss, man muss Modeempfinden haben. Man muss sich sehr auf den Gast einstellen. Wir haben nun mal, sage ich mal nicht unbedingt nur die Hausfrau von nebenan, gar nichts gegen Hausfrau, ich finde das ganz toll. Aber wir haben Leute, die kommen mit einer riesen Erwartungshaltung zu uns. Die kommen, waren schon bei drei anderen, auch nicht ganz billigen Friseuren und ist vielleicht schiefgegangen. Es ist nicht das erfüllt worden, was sie sich gewünscht haben. Und so kommt der Gast zu uns, oft 500, 600 Kilometer weit. Wir haben Kunden, die kommen jede Woche aus Basel oder sonst irgendwo her. Und mit dieser Erwartungshaltung, das müssen super Profis sein, die in ganz vielen Hinsichten, nicht nur technisch, auch vom Gefühl her müssen sie hochsensibel sein, dass sie das auch bewältigen können. Wir haben auch schon junge Leute gehabt, die haben bei uns einen halben Tag Probe gearbeitet, haben gesagt, das schaffen wir nie, muss wieder gehen. Bei Ihnen ist es ja auch so, wenn man als Angestellter arbeitet, hat man ja nicht nur mit den gewöhnlichen Menschen zu tun, sondern es ist bekannt, dass sie eben auch mit Prominenten sehr viel zu tun haben. Eine Prominente, die auch gerade zum Oktoberfest sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Paris Hilton, die vorher von Ihnen zurechtgemacht wurde, bevor sie ihren riesigen Auftritt da auf dem Oktoberfest hatte. Sind Sie dann mit dabei, wenn die hergerichtet wird? Wie begegnen Sie ihr? Was passiert da? Sie meinen mich jetzt persönlich? Ja. Das läuft folgendermaßen. Wir waren ja vorher schon in Venedig und haben mit ihr am Canale Grandi gedreht, am Markusplatz, Cipriani, auf dem Weingut, mit Helikopter und alles. Wir werden angefragt über die Agentur, auch wie bei Terry Hatcher zum Beispiel, wie wir Women's World Award gemacht haben. Und es spricht sich natürlich rum. Julia Siegel erzählt der Saar-Kern, die Saar-Kern ist jetzt weiter. Plötzlich wird es international. Inzwischen kriegen wir auch viel aus Hollywood. Bleiben Sie mal bei Paris Hilton. Wie war dieser Tag, als Sie sie hergerichtet haben für das Oktoberfest? Es waren drei Tage Tag und Nacht. Wir kriegen einen Ablaufplan. Es sind da vielleicht 16 Umstylings dabei. Und wir kommen mit Koffern natürlich mit den Haaren, um auch Big Hair zu machen. Der Star hat ja meistens nicht so viele Haare von selbst. Das heißt, wir arbeiten die Haare kurzfristig für die Situation ein, nehmen die auch wieder raus. Und ja, und da war der Anspruch, Zöpfe dann mit Zöpfe gemacht. Also es kann durchaus sein, dass ein Star dann am Tag drei verschiedene Umstylings hat und völlig unterschiedlich aussieht. Total. Einmal soll sie girly sein, ganz verspielt. Einmal soll sie die hochgeschlossene Geschäftsfrau sein mit Banane, um ihren Prosecco zu verkaufen. Und dann wieder ein legeres Abendessen bei Herrn Schubert zum Beispiel. Bei Paris Hilton hat man das Gefühl, dass die dann auch mal sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, was sie da gemacht haben. Wie gehen sie denn da mit solchen kritischen Situationen um? Das hat sie ganz ehrlich bei uns noch nie gesagt. Ganz im Gegenteil. Wir hatten sie einen ja vorher schon begleitet für Goriela, für diese Arie. Sie wollte explizit unser Haus wieder haben und ihr Dream Team, nämlich den Alexander, den Dunkelhaugen, der ihr Make-up-Artist dann ist unterwegs und ihren Friseur, der sich um die Haare kümmert. Also sie ist so, sie legt sich hin, sie lässt sich auch im Schlafen von uns schminken. Das ist es. Also sie ist, oder in ihrer Limousine. Also ich werde so oft gefragt, sind die Stars wahnsinnig zickig? Und wie sind die denn mit Ihnen? Letztendlich stellen Sie sich einen Star vor, ohne ein Make-up, nackt im Gesicht und ohne Haare oder jedenfalls mit ungestylten Haaren. Es ist, sie verkaufen ihre Schönheit. Das heißt, sie brauchen einen professionellen Partner, der muss natürlich hochprofessionell sein, muss auf jede Situation eingeschätzt sein. Sie sind ja in einer gewissen Weise auch, oder wir sind, sage ich mal, umgekehrt, gegenseitig voneinander abhängig. Und das ist eine gute Ausgangssituation. Wir sind ein Partner und es war noch nie irgendjemand zickig. Wenn sind es drei B-Stars, die zickig werden? Wenn Sie jetzt auch mit diesen persönlichen Themen konfrontiert werden, gehen wir wieder mal ein bisschen von den Stars weg und gehen wir zu Ihren normalen Kunden, in Anführungszeichen. Gibt es Situationen, wo Ihre Mitarbeiter sagen, ich kann mit dem oder der Kundin nicht zusammenarbeiten, weil die mich so tief psychologisch mit einbindet, dass ich es nicht ertrage? Gibt es, gibt es absolut. Nicht sehr oft, aber gibt es. Oder die Kundin ist, sage ich mal, gibt es aber sehr, sehr selten. Ist so schwierig, das ist einfach so frustriert zum Beispiel. Gibt es, sie hat so einen Krach mit ihrem Mann gerade gehabt und der kann sich sonst wie winden. Er bringt es nicht hin, der ist schon im Ansatz nicht zufrieden. Alles, was sie ihr vorschlägt, ist nichts. Dann ist es bei uns so, Usus, Gott sei Dank, können wir ausweichen. Dann kommt derjenige zu mir oder zu meinem Geschäftsführer und wir gehen zu der Kundin hin. Und wir nehmen ihr aber dann das Heft aus der Hand. Wir sind tolle Dienstleister, wir machen alles von unseren Kunden, aber irgendwo ist der gerade erreicht. Wir sind, ich sage mal, Dienstleisterung ist was Ehrenwertes und auch was Hochwertiges. Und das verkaufen wir auch letztendlich so und wir schlagen ihr dann gerne einen anderen Kollegen vor, mit dem es sich vielleicht besser zurechtkommt. Ist ja so, Sie haben vorher gesagt, anfassen. Man fasst den Gast an, das weiß man selber, wenn man zur Massage oder irgendwie, der ist mir einfach unangenehm. Dann hat der schon schlechte Karten, dann soll man das lieber lassen. Wie ist denn das jetzt eigentlich in München mit der Konkurrenz? Also Sie sind ja nun nicht der Einzige am Platz, müssen sich mit den anderen auseinandersetzen. Wie geht man in der Friseurbranche miteinander um hier in München? Also ich muss sagen, in einem gewissen Segment tun wir uns gar nichts. München hat einen großen Kuchen zu verteilen und wie gesagt, die Kollegen, jeder macht sein Ding anders. Der eine macht es ein bisschen spektakulärer, wird mehr Schickimicki, ist ja im Anführungszeichen hier royal. Wir haben mehr, wie ich vorher schon sagte, ihr habt das etwas edlere Lodenfreipublikum, in dem ich mich auch persönlich wohler fühle, muss ich ganz ehrlich sagen, mit weniger Theater. Aber jeder macht es anders und ist sehr erfolgreich und wir tun uns mit Sicherheit nichts. Aber das finde ich interessant, wie Sie die Münchner einteilen in Schickimicki und Lodenfreipublikum. Haben Sie da noch andere Kategorien oder sind das so die beiden Kategorien, die für das gehobene Segment für Sie sozusagen da definiert wurden? Das glaube ich so, ja. Es gibt ja auch drei, vier Agenturen, die am Abend einladen zum Beispiel. Jetzt inzwischen habe ich ja schon selber die Promi-Status-Einladungen. Das heißt, ich habe für jeden Abend vier, fünf Einladungen und kann eigentlich aussuchen. Und da gibt es natürlich Sachen, da ist der Herr Stoiber zum Beispiel dabei oder es ist die Eröffnung der Gartenausstellung, sehr, sehr hochwertig mit vielen Politikern. Oder es ist wieder die Maasai-Party, wie vor 14 Tagen, den P1, wo Gerhard Käfer einlädt. Das sind einfach auch unterschiedliche Zielgruppen. Wie wichtig ist es denn für Sie, bei diesen Events einfach sich sehen zu lassen? Also am Anfang oder früher bin ich sicher vor ein paar Jahren noch mehr hingegangen. Inzwischen ist es so, man vergisst immer, ich habe schon einen 12-Stunden-Tag hinter mir. Und die meisten bereiten sich in Ruhe vor, legen Sie mal zwei Stunden hin. Ich komme da hin, habe kurz meine Klamotten zu Hause gewechselt. Jetzt lebe meine Haushälterin, die wichtigste Frau in meinem Leben. Und dann gehe ich da noch ein, zwei Stunden hin und dann gehe ich aber wieder. Und ich gehe auch sehr selektiert irgendwo hin. Aber es macht oft auch Spaß. Man lernt doch immer wieder neue Leute kennen. Ja, oder man hört auch meine Kritik natürlich, finde ich auch sehr wichtig. Das war aber gar nichts. Meine Haare waren ja scheußlich, haben wir überhaupt nicht gesessen. Habe ich das letzte Mal in der Oper erlebt. Passiert es Gott sei Dank ganz selten. Herr Lippert, sind Sie Millionär? Das ist eine gute Frage. Also vor zehn Jahren war ich noch Millionär, aber im Minusbereich. Ich habe hier diese Bude hingestellt ohne Geld. Das war einer der allerschlechtesten Zeitpunkte meines Lebens. Ich habe hier zwei kleine Kinder gehabt, ein nicht bezahltes Haus. An alles konnte ich damals denken, nur nicht an neues Geschäft. Habe aber damals, das war halt, es gibt Momente im Leben, da muss es sein. Da gibt es keinen Morgen. Und ich habe es damals gemacht und die Fachperson hat geschrieben, das schafft der nie. Der ist größenwahnsinnig geworden. Der fährt den Laden an die Wand, höchstens noch ein Jahr. Toi, toi, toi. Wir haben sehr hart gearbeitet. Ich habe mit vier Mitarbeitern angefangen. Heute sind wir, wie gesagt, 25. 24, 25. Wir arbeiten rund um die Uhr. Es macht unsagbaren Spaß. Meine Schulden sind weg. Und zwei Schnitzel darf ich gar nicht essen. Es geht mir ganz gut, muss ich sagen. Und ich bin sehr zufrieden. Was würden Sie denn einem jungen Friseur raten, der sagt, also ich möchte jetzt gerne auch mal in die höherwertigen Segmente kommen. Oder in das höherwertige Segment. Was für Voraussetzungen muss er mitbringen? Natürlich, das setze ich von Haus aus immer voraus, technisch auf dem neuesten Stand immer zu sein, ganz klar. Ganz gut einen kleinen Erfahrungsschatz gesammelt zu haben, aber dann eben auch am Puls der Zeit. Aber letztendlich ein sehr, sehr guter Dienstleister. Das heißt, wenn die Dame bei uns ist, ist es wirklich so. Wenn die Dame um 19 Uhr noch kommt und wir schließen um 20 Uhr, dann schauen 97 Prozent der deutschen Friseure auf die Uhr und sagen, um Gottes Willen, mein Freund wartet und meine Freundin. Da klatsche ich jetzt nur ganz schnell eine Packung drauf, hab sie jetzt um 8 Uhr wieder raus. Um 19 Uhr wird sie genauso behandelt, genauso beraten, lange Haare strehen. Ich arbeite dann auch bis halb elf, ist mir egal. Und dann wird der eben, am nächsten Tag kommt der dann später oder so, einfach super einsatzbereit zu sein und eine tolle Dienstleistung aufzuwickeln. Also Dienstleistung ist wichtig und Sie würden sich ja auch selber wohl auch als Künstler bezeichnen. Auch das. Und wo haben Sie denn jetzt mal ein Vorbild? Also ich meine, jeder hat ja in seiner Branche, in seinem Gebiet, in dem er arbeitet, jemand, an dem er sich orientiert oder den er besonders gut findet in seinem Fach. Wer fällt Ihnen da ein? Habe ich absolut. Marlies Möller und Alexandre. Aber Marlies Möller war für mich immer ein Vorbild. Sie hat es über Jahrzehnte, hat sie eine hohe Qualität gehalten, hat immer sich selbst und ihre Mitarbeiter und ihren Laden erneuert. Ohne Skandale, ohne alles. Und sie hat mir etwas gesagt, habe ich sie auf der Bühne erlebt. Da hat sie gesagt, Karriere wird nach 18 Uhr gemacht. Und das möchte ich unterstreichen. Herr Lippert, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Auch ich bin ein Kunde von Ihnen und fühle mich bei Ihnen immer sehr wohl. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich herzlich. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven.